Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft ganz besonders einfach. Heute geht es nochmal um Anbundsing. Und zwar ganz konkret geht es um die Perspektive von kleinen Energieunternehmen bei eben der Entflechtung von den Stromnetzen. Und zwar gab es mal eine Frage in einem Kommentar bei einem anderen Video. Wir sind ein kleiner Versorger mit etwa 1000 Kunden. Anbundsing, Marktkommunikation und so weiter stellen uns vor dieselben Herausforderungen wie große Unternehmen. Welche Grenzen gibt es, um von der einen oder anderen Regelung ausgenommen zu werden? Und ich möchte mich heute jetzt mal explizit nochmal auf das Anbundsing, auf die Entflechtung von Stromnetzen beziehen, weil das so das hauptsächliche Thema ist, bei dem es eben auch Ausnahmen gibt. In einem anderen Video haben wir das Anbundsing schon mal genauer erklärt. Die vier beziehungsweise fünf Stufen, wenn man die Übertragungsnetzbetreiber dazu zählt, sind es fünf Stufen des Anbundsings. Und zwar auch damals habe ich schon erwähnt, es gibt eine Grenze, die sogenannte De-Minimis-Regelung, die dafür sorgt, dass zum Beispiel kleine Energieversorger gar nicht alle Entflechtungsstufen durchführen müssen. So, was ist dort der Hintergrund? Gehen wir mal der Reihe nach. Es gab mal europäische Richtlinien, die gesagt haben, man darf den kleinen Unternehmen hier Ausnahmen gestatten, dass sie eben nicht diesen Aufwand des Entflechtens der Marktrollen durchführen müssen. Es geht jetzt zum Beispiel darum, dass der Stromnetzbetrieb unabhängig davon ist, wie die Energieversorgung oder der Kraftwerksbetrieb stattfindet. Das heißt, das soll immer ein eigenes Unternehmen sein, was also unabhängig von den anderen wirtschaftet. Und das ist natürlich aufwendig. Da muss man die Mitarbeiter trennen, da muss man die Gesellschaften trennen, also mehrere GmbHs zum Beispiel führen. Und diese europäischen Richtlinien haben eben gesagt, dass das für die kleinen Unternehmen nicht gemacht werden soll, weil der Aufwand zu groß ist, versus das, was als Potenzial von Benachteiligung überhaupt gegeben wäre. Diese Richtlinien wurden in Deutschland im Energiewirtschaftsgesetz umgesetzt, und zwar in den Paragraphen 7 und 7a. Aber mal der Reihe nach. Im Paragraph 3 des Energiewirtschaftsgesetzes haben wir die Begriffsbestimmungen. Und dort gibt es unter Punkt 38 das sogenannte vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen. Das sind praktisch Energiekonzerne. Und Konzern heißt ja nicht nur großer Konzern, das heißt auch Stadtwerkskonzern. Das sind also die Energieunternehmen, die verschiedene Marktrollen zusammen durchführen, über zum Beispiel mehrere GmbHs. Kraftwerk, ein GmbH, Netzbetrieb, eine GmbH, Energieversorgung, eine GmbH. Das ist ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen. Und Paragraph 7 Absatz 2 beschreibt, dass zum Beispiel die rechtliche, also gesellschaftsrechtliche Entflechtung, das heißt das Auseinanderdividieren von den GmbHs, nicht stattfinden muss, wenn man weniger als 100.000 angeschlossene Kunden im eigenen Netzgebiet hat. Und das gleiche gilt eben auch für die operationelle Trennung. Paragraph 7a Absatz 7, auch wenn man weniger als 100.000 angeschlossene Kunden hat, dann muss man das nicht machen. Was heißt jetzt 100.000 angeschlossene Kunden? Das sind unmittelbar und mittelbar physikalische Anschlüsse von Netzanschlüssen. Mittelbar heißt hier auch, dass zum Beispiel ein Bündelvertrag für ein Gewerbegebiet nicht dafür sorgt, dass es für wenige Anschlüsse sind. Dann gibt es zwar vielleicht nur einen Liefervertrag, aber trotzdem gibt es dahinter noch 30, 40, 50 weitere einzelne Anschlüsse. Und diese werden noch alle gezählt. Das heißt, alle mittelbaren Anschlüsse hinter einem Zusammenzug, hinter einer Summierung werden trotzdem einzeln gezählt und dann aufsummiert, sodass man insgesamt auf diese 100.000 kommen könnte. Genauso gilt da auch, dass zum Beispiel ein Konzernverbund im Sinne von Mehrheitsanteilen an einer anderen Gesellschaft auch mit reingezählt werden. Wenn wir als Stadtwerk nur 70.000 Kunden in unserem Gebiet haben, wir sind aber auch Mehrheitsgesellschafter von einem anderen Energieversorger irgendwo oder Netzbetrieb irgendwo, der nochmal 40.000 Kunden hat, dann werden diese 70.000 und die 40.000 zusammengezählt, also 110.000 Kunden und damit kommen wir über diese Anbandinggrenze. Dann zählt der Minimist nicht mehr. Diese beiden Sachen muss man also betrachten. Einerseits die echten physikalischen Anschlüsse, die unmittelbar und mittelbar gezählt werden, also auch hinter einer Summierung. Und andererseits der Zusammenzug von Mehrheitsanteilen an anderen Gesellschaften. Das wird dann immer mit reingerechnet in die eigene Anzahl. Diese Unterscheidung, dass wenn man weniger als 100.000 hat und dann deswegen diese Anbanding nicht machen soll, das rührt halt tatsächlich am Ende daher, dass der Aufwand, die Kosten, sowas zu machen, also Mitarbeiter in verschiedene Räumlichkeiten, in verschiedene Gebäude am besten noch setzen und halt auch mehrere GmbHs führen mit einem entsprechenden administrativen Aufwand auch dahinter, nicht dem tatsächlichen Potenzial von Benachteiligung und Diskriminierung im wirtschaftlichen Sinne sich aufwiegen würden. Und das kann man ein bisschen nachlesen, wenn man das Vorliegen hat in den üblichen Kommentaren des Energiewirtschaftsgesetzes, wo es also ein bisschen genau auseinandergenommen wird. Es gibt da jetzt viele Erfahrungen. Schlussendlich gilt zum Beispiel so ein Unternehmen wie aus der Frage mit ungefähr 1.000 Kunden. Ihr müsst halt auf jeden Fall die Systeme trennen, ihr müsst die kaufmännischen Vorgänge trennen, die ersten beiden Stufen des Anbandings, aber die Mitarbeiter und auch die Gesellschaften müssen nicht voneinander getrennt werden. Wenn ihr eben nur so wenige Energieversorgungskunden oder Netzkunden habt, das ist dann kein Problem. Ja, soweit eigentlich zu den Hintergründen dieses Anbandlings und der Ausnahmen für das Anbandling, wenn man ein kleines Energieunternehmen ist. Ich werde mal schauen, ob es noch weitere interessante Ausnahmen gibt. Wenn ihr welche habt, schreibt die mal unten in die Kommentare. Auch wenn ihr irgendwelche Fragen habt, unten in die Kommentare. Und hier zeige ich euch nochmal das andere Video zum Thema Anbandling. Und ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach gemacht, bei der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.